Musik Herzlich Willkommen bei unserer Show Sabrina! Unser Thema ist, ob ich alte oder neue Kinderfilme besser gefallen. Musik Ich bin David. Hallo! Musik Gefallen Ihnen alte oder neue Kindersendungen besser? Also ich bin eher ein Fan von den alten Kindersendungen. Alte, alte Kindersendungen gefallen mir besser. Und auch neue. Alte. Ja, wahrscheinlich weil es mit der eigenen Kindheit auch verbindet und weil ich das Gefühl habe, es werden einfach kindgerechte Themen aufgegriffen und die Kinder gefällt es gut. Was ist Ihre Lieblingssendung? Von den Kindersendungen? Ähm, Heidi. Vicky und die starken Männer, genau. Dick und Doof. Weil der Vicky so gute Ideen nicht mehr hat. Pippi Langstrumpf oder die Biene Meier oder auch Heidi oder Vicky und die starken Männer. Also es ist alles schon ein bisschen älter. Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik